Armen Kindern zugute und wie gesagt, wenn man ein SMS mit dem Kennwort RGK an die 8, 11, 90 schickt, dann bekommen halt die Leute 4 Euro von dem Ganzen und das kommt dann, wie gesagt, den Kindern zugute. Also das ist alles für den guten Zweck und je nach, denke ich mal, ist das ganz gut. Also vom Monitoring finde ich es eigentlich ganz cool, kann man da leicht einen Halt drauf tun. Ja, das ist alles für mich, wenn man da leicht einen Halt drauf hat, I knew that I loved you, but there was no turning back Just like an angel, you answered my call You took me to a higher place and showed me that you really loved me Clouds are gone, the skies are clear, I can reach heaven from here You're the lion's eye on my heart, my guidance star I'm not afraid of falling, I'm not afraid of fear Standing on the shoulders of love I'm not afraid of fear I'm not afraid of fear The last performance is for the civil coulard The song is called, I'm not looking away or I'm not going away And I hope you like it It fits here, unfortunately, to the next circumstances dazu die Zellen laufen durch die Nacht warum haben wir nichts gemacht geh doch nicht einfach weg bitte seh dich nicht durch steh zu dir du kannst erst etwas tun geh nicht einfach weg mach es dir nicht so leicht was hab ich gehört hab den Mut und schau nicht weg erkannt das Blatt nicht aus dem Hinterpark wo wo der Schulhof war sein Zäulen doch wie angemessest kalt es ging so schnell ein paar Sekunden das Blut in deinen Adem frieren doch länger noch ist dein Mund da bleibt die Angst zurück Lass sie mach dich verrückt geh doch nicht einfach weg bitte dreh dich nicht durch steh zu dir du kannst selbst etwas tun geh nicht einfach weg mach es dir nicht so leicht das Blut in den das Blut in den schau nicht weg schau nicht weg das Blut in den schau nicht weg 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 geh doch nicht einfach weg schau nicht weg n schau nicht weg Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020